Kunst aus Licht. Lichtkunst. Kunst? Ist das Kunst? Verfremdung? Dieselben Dinge anders zeigen? Oder ist das noch gar keine Kunst? Diese Lichtkunst? Eher schon das hier? Der Vogel, der plötzlich auf der Hausfassade auftaucht und dann wieder verschwindet? Verschluckt wird? Ist das Kunst? Oder schon Zivilisationskritik? Ab hier sehen Sie den Film im Schnelldurchlauf. Im Original haben die neu und hochwertig produzierten Schulfilme eine Länge von drei bis zehn Minuten. Die wichtigsten Aspekte jedes Themas werden speziell für den Einsatz im modernen Schulunterricht anschaulich aufbereitet. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne.